Ja Freunde, schon ist es soweit die letzten Fragen von dem letzten Abonnenten, beziehungsweise der letzten Abonnentin. Ja, geht das los? Vorhin, schnell vorbei, ich will nicht wissen, wie viele Parts es denn, bestimmt drei. Ne, kann gar nicht sein. Zwei, auch hoffentlich nur zwei. Ich darf gar nicht abnennen. So, und zwar ist es diejenige, die mir stundenlang, die stundenlang fragen musste, ja, wie soll ich dich denn im Abuswischen nennen? Auch keine Ahnung, keine Ahnung, die ganze Zeit ist rumgeschrieben. Ich blende den Namen jetzt einfach ein. Und, ähm, ja, und jetzt sag ich gar nichts, weißt du? Ich nenne, also die Fragen sind von der Person, die kein Namen weiß. So, ha, hast du jetzt davon? Ähm, also die erste Frage beantworte ich ja schon mal nicht. Ähm, was ist mein Lieblingsgame? Von PS3 Games ist es auf jeden Fall Borderlands, Heavy Rain, mein Lieblingsgame und ich zähle mehrere raus. Hm, und anschaut zwei auf jeden Fall. Dass mein Lieblingsgame sagt, da gibt's keine Platzierung. So, von allgemein so games, ganz ehrlich, eines der coolsten Spiele, die ich je gezockt habe, ist für die PS2, ähm, Jack3. Ey, das fand ich so mega geil, ey, und ich bin auch kurz, ich stehe so kurz davor, wieder das Spiel jetzt zu holen und es wieder zu zocken. Und dann war ich sogar echt am überlegen, ob ich davon ein Display machen soll. Ich weiß es aber noch nicht. Ich muss echt mal gucken, aber ich werde es auf jeden Fall, glaube ich, wieder spielen. Ey, Jack3, das Spiel hat so Humor gehabt, das ist mega lustig. Also, für jeden, der das nicht kennt, eine PS2 hat, ey, ihr müsst euch das kaufen, das ist wirklich saulustig. Und jetzt, deswegen weiß jetzt auch jeder, der mich im PSN hat, warum mein Avatar das Erdmännchen ist, Dexter. Weil ich einfach das Spiel so geil finde, Jack3. Also, muss man wirklich mal gezockt haben, das ist richtig geil. Genau. So, und die nächste Frage und warum das mein Lieblingsspiel ist, das habe ich auch schon geklärt. Und wer mein Lieblingscharakter ist? Boah. Rick Taylor aus Betterhouse. Oder Nathan Drake aus Uncharted. Boah, Alter, das ist auch so eine krasse Frage. Warte, was gibt es denn noch so für Games? Ähm. Ja, doch, doch, ich würde sagen Rick Taylor aus Betterhouse. Oder halt Dexter aus Jack3. Ah, das sind schon wieder so Fragen, wo ich nicht weiter weiß. Gut, dann sagen wir Rick Taylor aus Betterhouse, Nathan Drake aus Uncharted und Dexter auf jeden Fall aus Jack3 und 1, 2 und so weiter und so fort. Aber, ja, so Leute, ihr habt es geschafft, ich habe es geschafft für euch. Oh, ne, ich habe es noch nicht geschafft, ich muss jetzt noch die ganze Scheiße rennen. Rentnen, rennen, ich habe Sprachfehler. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für die, ne, den, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal an die 200 Abonnenten, dass ich mich abonniert habe, meine Videos weiterhin verfolgt, fleißig Kommi schreibt, ich weiß dann, ob der Play sie edit. Meine Freundesliste müsste eigentlich bald voll sein. Und, ja, was soll ich noch großartiges sagen? Land of the Planet wird jetzt erstmal fertig gemacht. Und im Februar kommt dann auf jeden Fall das Let's Show zu Test Drop 2. Und ansonsten muss ich mal gucken, was noch so kommt. Ein paar Battles wieder. Okay, Leute, nochmal Dankeschön. Ey, ihr seid echt die Besten. Und ihr hört dann von mir in den nächsten Videos. Hopp ich doch. Okay, Leute, bis dann. Ciao. Ciao.